Ich kann dich nicht anrufen, ich werde abgehört. Was redest du da? Was soll das? Die Böden haben gestern die Wohnung durchsucht, sie haben die Nummer mit dem Internet rausbekommen und jetzt Schluss damit. Was mache ich mit meinen 200 Flaschen? Ich weiß nicht, aber ich finde eine Lösung. Ich muss Geld verdienen und beim Amor ausziehen. Ich will wirklich nicht, dass sie in die Sache mit reingezogen wird, also halt die Füße still. Achtung, da kommt Kowalski. Achtung, da kommt Kowalski.